Ja, wir sind heute Morgen aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um die kleine Chance, die wir haben, definitiv zu nutzen. Natürlich sind wir Außenseiter, ich glaube, klarer Außenseiter, aber wir haben eine Chance und dazu brauchen wir wahrscheinlich auch einen besonderen Tag. Aber den wollen wir morgen haben und abliefern. Grundsätzlich würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das wäre mir egal. Die Situation ist mir alles andere als egal. Aber das haben wir uns erarbeitet und wir sind zu Recht im Achtelfinale. Wir haben es, wie gesagt, dem Hinspiel auch nicht so verkehrt gemacht. Und deswegen sind wir stolz darauf, hier die deutsche Flagge hochhalten zu dürfen und uns diese Chance, die uns hier, wie soll ich sagen, gegenüberliegt, auch zu nutzen und alles zu versuchen.